In diesem Video erfährst du, welche weiteren Verlaufsformen die ICD-11 im Rahmen der affektiven Störungen kodiert und vorsieht. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Simone Krebs. Mein Name ist Stefan Schäfers. Ich bin Paarberater, Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose-Therapeut. Bei uns im Unternehmen leite ich die Ausbildung für Heilpraktiker Psychotherapie. Die ICD-11 hat Verlaufsformen mit ausgeprägter Angst und mit Panik im Bereich der affektiven Störungen als weitere Verlaufsform vorgesehen. Das heißt, zusätzlich zu einer bipolaren Störung oder depressiven Störung kann jetzt eine Störung, eine affektive Störung mit ausgeprägter Angst kodiert werden. Allerdings nur dann, wenn diese nicht das volle Ausmaß einer Angststörung aufweist, weil dann würde natürlich der Diagnoseschlüssel einer Angststörung greifen. Bei Panikattacken, die im Rahmen einer affektiven Störung auftreten, da kann dieser Diagnoseschlüssel der ICD-11 greifen. Denn Panikattacken, die können ja isoliert als Panikstörung diagnostiziert werden oder im Rahmen einer Angststörung. Und jetzt in der ICD-11 auch als Zusatzdiagnose-Kriterium bei affektiven Störungen. Neun der ICD-11 ist auch eine anhaltende depressive Episode, die über zwei Jahre hinweg die Symptome einer depressiven Episode zeigt. Das ist nicht zu verwechseln mit einer Dysthymia. Denn bei einer Dysthymia würden ja die Diagnose-Kriterien einer Depression nicht in vollem Umfang erfüllt. Und das ist hier anders. Das heißt, wir haben den vollen Schweregrad einer Depression, mindestens leicht, über zwei Jahre konstant hinweg, wenn dieser Diagnoseschlüssel anhaltende depressive Episode greifen soll. Ebenfalls neu ist die depressive Episode mit Melancholie. Hier ist eine anhaltende, also durchgehende Anhedonie, also Freudlosigkeit zu diagnostizieren. Und wir finden fünf mögliche weitere Diagnose-Kriterien, die wir aus dem somatischen Syndrom in der ICD-10 kennen. Nämlich die mangelnde emotionale Schwingungsfähigkeit oder Reaktivität. Das morgendliche Früh-Erwachen aus dem Bereich der Schlafstörungen. Das Morgentief, das bedeutet, dass die depressiven Symptome im Vormittags-, im Morgenbereich stärker sind als im weiteren Tagesverlauf. Einen deutlichen Appetitverlust oder auch Gewichtsverlust, sowie die psychomotorische Erregung oder Hemmung. Auch der Subtyp der saisonalen Depression hat einen eigenen Diagnoseschlüssel in der ICD-11 bekommen. Und das kommt als Diagnose in Frage, wenn eine Depression immer wieder regelmäßig saisonal auftritt, scheinbar anlasslos in bestimmten Jahreszeiten vermehrt affektive Störungen auftreten. Als Rapid Cycling wird der häufige Wechsel mindestens 4 Episoden in 12 Monaten zwischen depressiven und manischen Episoden bezeichnet. Sollte der Wechsel noch häufiger sein, binnen weniger Tage, dann kommt eher die Diagnose einer gemischten Episode in Frage. Ich freue mich über dein Like, über dein Abonnement, damit du keine weiteren Videos zum Thema ICD-11 und psychischer Themen verpasst. Alle Details, genaue Diagnosekriterien, Symptombeschreibungen, Vorgehen im Falle einer psychischen Störung erfährst du natürlich in unserem Heilpraktiker Psychotherapie Vorbereitungskurs. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Stefan.